So, ich stehe jetzt hier vor unserer neuen Wohnungstür auf La Palma, unserem Apartment, wo wir jetzt neu umgezogen sind und machen für euch ein neues Schwangerschaftsupdate. Und ich gehe mal ein bisschen rum und zeige euch mal gleichzeitig, wo wir jetzt wohnen. Wir sind halt hier umgezogen gerade und na gut, jetzt ist es schon zwei Wochen her, glaube ich. Aber uns gefällt es hier echt sehr, sehr gut. Wir hatten ja vorher eine Wohnung mit nur einem Zimmer und das war echt anstrengend, zumal wir auch dann noch Besuch hatten. Und jetzt haben wir hier auch endlich eine Waschmaschine. Hatten wir nämlich da auch über einen Monat keine Waschmaschine, das war echt nicht so geil. Und haben jetzt Internet und Markus kann da im kleinen Küchenbereich die Videos und sonstige Online-Sachen bearbeiten. Dann haben wir einen Balkon und haben extra Schlafzimmer und Badezimmer natürlich auch, auch mit Badewanne sogar. Das ist schon echt ganz cool hier. Und wir haben sogar noch einen Pool und einen Kinderpool. Aber leider sind hier keine Kinder, außer unser Kind. Naja, also es ist generell hier eher so ein, wie wir herausgefunden haben, eher so ein Adria-Zentrum. Naja, wie auch immer. Ich wollte euch ein bisschen erzählen, wie es mir geht in der Schwangerschaft. Mein Bauch wächst und es bewegt sich immer döller und döller und döller. Ich habe jetzt ab und zu doch Sodbrennen wiederbekommen, wie bei der ersten Schwangerschaft schon. Bei der letzten Schwangerschaft habe ich immer Tomate mit Mozzarella gegessen. Ja, dann ist es weggegangen. Das wollte ich jetzt mal was anderes ausprobieren und habe jetzt herausgefunden, dass Nüsse richtig gut funktionieren. Einfach nur zwei, drei Nüsse, Mandeln oder Paranüsse oder irgendwelche anderen Nüsse. Also am besten funktioniert es irgendwie mit Mandeln und Paranüsse. Ja und dann ist das Sodbrennen spurlos verschwunden, also mit einmal weg. Das ist echt ganz cool. Dann habe ich jetzt noch doch wieder Zahnfleischbluten bekommen beim Zähneputzen. Aber ja, damit kann ich leben, das ist jetzt nicht so schlimm. Und mein Zahnarzt von damals hat auch immer gesagt, bei der Schwangerschaft haben alle immer immer Zahnfleischbluten. Das ist ganz normal. Ja, jetzt sitze ich hier gerade bei den Puls hier. Und man sieht das so ein bisschen. Die Sonne blendet nämlich ein wenig und erzähle ein bisschen weiter. Dann habe ich noch, seit neuestem, weil der Bauch ja immer größer wird, schon leichte Bewegungseinschränkungen. Also ich komme leichter außer Atem, wie ihr vielleicht jetzt gerade schon gemerkt habt. Aber auch wenn ich jetzt im Bett liege, mich von einer Seite zur anderen drehen möchte, fällt mir das echt ein bisschen schwerer schon. Und ich muss bestimmte Techniken anwenden, dass ich mich auf die andere Seite rolle, sozusagen vorsichtig. Sonst tut es echt auch ein bisschen weh, wie die Bänder sind da stark gedehnt und alles sowas. Ja, das sind so die neuesten Sachen. Ich zeige euch auch jetzt noch meinen Bauch hier. Ja, so sieht jetzt mein Bauch aus. Von der Seite, von vorne, von der anderen Seite. Ja, das ist schon ein bisschen mehr geworden. Aber auch nicht so viel mehr. Und ich versuche jetzt nochmal selber den Fundustand abzutasten. Also, vielleicht von vorne. Also, ich würde sagen, es ist immer noch oder so leicht. Hier ist mein Bauchnabel. Hier sieht man vielleicht ein bisschen um den Bauchnabel herum. Es ist so vielleicht ein bisschen drüber schon. Genau. Also, das heißt, bis hier geht der obere Rand der Gebärmutter. Und in dem ganzen Bereich fühle ich jetzt, also hier auch bis zur Seite, bis zur anderen Seite und auch im unteren Bereich noch sehr viel, fühle ich das Baby schon total doll. Also, vielleicht kriege ich jetzt auch mal noch eine Auflage hin, wie es sich gerade bewegt. Okay, ich habe gerade mitgekriegt, dass man in der anderen Perspektive das leider nicht sehen kann. Aber das ist jetzt mein Bauch. auch von meiner Perspektive... Oh, jetzt habt ihr das gesehen? Da hat es gerade richtig gezuckt, so. Richtig toll. Hallo, Baby. Wie geht's dir? Draußen hört man Marvin und Markus. Das sind jetzt meine normalen Atembewegungen, nicht zu verwechseln mit den Babybewegungen. Jetzt so. Das war auch krass eine Bewegung heute. Oh, nochmal. Oh, schon wieder. Ja, gerade, wenn ich auf dem Rücken liege, kommen jetzt diese krassen Bewegungen oft. Deswegen, ich denke mal, dass das Baby das nicht so mag, wenn ich auf dem Rücken liege. Ja, dann hat sich noch was krasses Neues ergeben hinsichtlich meiner Schilddrüsenheilung. Da wäre ich nochmal ein gesondertes Video zu machen, weil das jetzt den Rahmen sprengen würde von der Zeit. Ich will es nur mal kurz andeuten, dass ich nochmal tiefer in die psychischen Blockaden und Ursachen gegangen bin, hinsichtlich der Auflösung dessen und auch in dem Zusammenhang, dass es halt zur Heilung der Schilddrüse beiträgt. Da habe ich mich jetzt viel mit beschäftigt und habe halt hier eine Frau kennengelernt, die Anja. Falls du das siehst, liebe Anja, vielen, vielen Dank nochmal dafür, dass du mir da so weitergeholfen hast. Sie hat mit mir so eine Art Session gemacht, Soul Response Session nennt sich das und hat halt getestet und geguckt, wo das herkommt, wie man das auflösen kann bei mir speziell. Und wie gesagt, was da jetzt genau speziell rauskam, da möchte ich nochmal ein extra Video zu machen. Nur soviel, ich bin jetzt auf einer heißen Spur und denke, dass ich das jetzt echt im Ansatz gefunden habe, die Lösung. Und das jetzt einfach, ja, weiter behandeln möchte, mich mit den Thematiken, die wir daraus gefunden haben, beschäftigen werde und das auflösen werde. Demnächst, vielleicht brauche ich auch ein paar Monate dafür, mal sehen, das kann ich jetzt noch schlecht einschätzen, aber ich werde hier beginnen auf La Palma damit, das aufzulösen, diese Blockaden. Und war total spannend. Meine Globulie nehme ich übrigens noch weiter und da hat sich nichts verändert, ich werde jetzt aber hier nicht nochmal zum Arzt gehen und einen Bluttest machen, da wir so lange jetzt auch wieder nicht mehr hier sind und ich mich insgesamt sehr gut fühle damit, mit der Dosierung. Und ich werde jetzt einen Termin machen für April, wir kommen nämlich am 31. März zurück nach Deutschland, nach Berlin erstmal und dann werde ich einen Termin machen bei einem Arzt oder einer Ärztin mal gucken, zu welchem ich nochmal da hingehe, zu welcher Praxis und dann teste ich nochmal den TSH-Wert, um das zu kontrollieren. Dann kann ich es ja auch gegebenenfalls nochmal neu einstellen, die Dosierung. Ja, sorry, die Sonne blendet hier ein bisschen, sonst sehe ich überhaupt nichts, musste ich nur so die Augen zukneifen. Genau, das habe ich so vor und im Moment läuft ja auch gerade aktuell unser Kinderwunsch-Kongress. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, wir haben ja auf den anderen YouTube-Videos relativ viel Werbung dafür gemacht und deshalb ist auch im Moment ziemlich Stress hier noch oder viel zu tun einfach. Also wir genießen hier auch die Sonne und sind ganz oft am Strand, aber also Marvin und ich hauptsächlich, Markus ist oft im Zimmer hier bei uns zu Hause und arbeitet. Jetzt ist aber gerade Ende des Kongresses bald, also heute ist der 22.2. und ich bin jetzt übrigens in Schwangerschaftswoche 23 plus 6, das heißt schon relativ weit und ich bin gespannt, was noch alles passieren wird. Mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne bei unserem Webinar und Kongress noch teilnehmen, da könnt ihr euch jetzt immer noch für anmelden. Am Sonntag findet das Webinar statt und wenn ihr jetzt sagt, jetzt habe ich ja schon das meiste verpasst von dem Online-Kongress, die ganzen Expertinnen und Experten, die wir da interviewt haben, dann macht das nichts, denn wenn ihr euch anmeldet für das Webinar, dann bekommt ihr für einen Tag nochmal alle Interviews freigeschaltet, also für 24 Stunden. Das heißt, ihr könnt euch wenigstens die angucken, die ihr unbedingt vielleicht noch sehen wolltet und das nutzen, also das gilt übrigens nur, wenn ihr wirklich am Webinar euch anmeldet und dann auch teilnehmt. Okay, dann sehen wir uns in den nächsten Videos oder vielleicht auch im Webinar wieder. Macht's gut, das war's, deine Anna.